Ja, und auch Ihnen wünsche ich jetzt viel Glück, denn Sie wissen es, freitags, da präsentieren wir immer die Los-ID, die den Hauptpreis gewinnt bei der hessischen Umweltlotterie. Genau, die bekommen Sie nirgendwo früher als bei uns, ist gerade gezogen worden und wir präsentieren Ihnen diese ID. Aber es gewinnt ja nicht nur einer, es gewinnen ganz, ganz viele mit, denn Sie können ja einen ganzen Landkreis oder eine Stadt bei uns in Hessen mitgewinnen lassen. Sage ich Ihnen gleich nochmal, wie das funktioniert, aber jetzt sitzen Sie vielleicht mit Ihrem Los vor dem Fernseher und wollen wissen, ja, welches ist denn die Nummer, die gewonnen hat? Das ist die 76608. Das ist also die Los-ID mit dem Hauptgewinn in dieser Woche und Sie geben ja bei genau bei der Umweltlotterie immer eine Postleitzahl mit an. Und deswegen gewinnt ein ganzer Kreis immer mit und das ist in diesem Fall die Landeshauptstadt Wiesbaden. Denn alle, die eine Wiesbadener Postleitzahl auf ihrem Los mit angegeben haben, haben eben die gleiche angegeben wie die von der Gewinnerlos-ID. Und deswegen können Sie sich in Wiesbaden jetzt alle über Gewinne freuen, aber nicht nur dort. Das ist der Hauptpreis diese Woche 10.644 Euro. Falls Sie das sein sollten, herzlichen Glückwunsch. Ein weiterer Mitspieler bekommt 2.500 Euro. Die 500 Euro können wir in dieser Woche fünfmal ausspielen. 59 Spieler freuen sich über 50 Euro. Die 10 Euro werden 269 mal ausgeschüttet und 1065 Mitspieler bekommen. Fünf Euro und davon gibt es fast 1000 Gewinner außerhalb von Wiesbaden in diesem Fall. 10 Euro und davon Survey 10 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020